Hallo ihr Leute, ich wollte mal ein anderes Video zeigen über meinen Hund. Ich wollte einfach mal Danke sagen, dass er für mich da ist. Wenn ich Kummer und Sorgen habe, ist er da. Wenn ich weine, ist er da. Auch wenn er hart und viel Kummer hat, ich bin für ihn da. Wenn er Schmerzen hat, gehe ich schon zum Tierarzt. Ich will auch Tierärztin Danke sagen, dass man auch mal ein Dingstier bezahlen kann, in Raten zahlen kann, bei ihr. Die Tierärztin ist immer da. Die Frau hoch für einen. Ich habe meinen Hund ganz doll lieb. Auch wenn er Dreck macht und nichts, kümmert euch Leute nicht um Dreck. Man kriegt es sauber, man schafft es. Ich schaffe das auch immer. Auch wenn es mal Kummer ist und ich habe mich verzweifelt. Dann nimmt man den Hund in den Arm und dann hat man den ganz doll lieb. Und dann denkt man nicht an sauber machen und Dreck denkt man dann nicht mehr. Nehmt ihn einfach in den Armen und habt ihn lieb, die ganzen Tiere. Ich werde sowas nie wieder machen, was ich gemacht habe. Ihr habt die Tiere einfach lieb. Einfach lieb, die Tiere. Schönen Tag noch.